Um den Altölbehälter des Geartronic zu leeren, gehen Sie bitte wie folgt vor. Schließen Sie bei abgeschaltetem Motor das Stromversorgungskabel des Geräts an der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs an. Vergewissern Sie sich, dass ansonsten keine Schläuche des Geartronic am Fahrzeug angeschlossen sind. Nehmen Sie den auf der linken Seite des Geartronic befindlichen schwarzen Schlauch für den Messstabmodus und schließen Sie am dessen Ende einen durchgängigen Adapter aus dem Adapter-Set an. Stecken Sie das offene Ende des Schlauchs in den Altöl-Sammelbehälter. Drücken Sie zum Leeren des Altölbehälters die Taste Empty Used Fluid Tank. Nach Abschluss des Vorgangs drücken Sie einfach die Stopptaste. Liquid Holi – für die technische und optische Werterhaltung Ihres Autos. Alles aus einer Hand. Drücken Sie seine Hand. Die Taste Auswahl des Erdampfen des Ravens. Vielen Dank.